Als das letzte sichtbare Schiff an meiner Insel vorbeifuhr, habe ich endgültig meine letzte Hoffnung verloren, von dieser Insel zu entkommen. Die einzige Hoffnung, die ich jetzt noch besitze, ist das Überleben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Endlich bin ich wieder zu Hause. Lange weg gewesen, in diesem schönen Stück Erde. Ich glaube, ich nenne dich Flips. Flips ist ein guter Name. Darauf wirst du hören, Flipsy. Ich weiß, dass das kein richtiges Fernglas ist. Die Sonne blendet sonst. Da hinten scheint ein Schiff zu sein. Ich bin mir nicht richtig sicher. Aber ich komme hier sowieso nicht runter von dieser Insel. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Und du stehst einfach nur da und guckst mich so an. Ich weiß auch nicht mehr, was wir machen können. Ach, Flips, hör auf. Das wird ihm schmecken. Ich mache dir jetzt ein Lagerfeuer. Dann bist du etwas gesprächiger. Wie, das sind keine richtigen Feuersteiner. Hör doch auf, Flips. Au. Ich mache dir jetzt erst mal was zu essen, Flips. Du scheinst so einen großen Hunger zu haben. Das geht gar nicht mehr. Heute gibt es schöne Gräser. Was anderes findest du auf dieser Insel nicht. Ja. Dieses schönen Gräser, die mache ich dir fertig. Dann hast du was Schönes und Schmackhaftes zu essen, Flips. Du bist doch nicht mehr so arrogant und redest nicht mit mir. Also sowas Arrogantes und sowas. Also, Flips, wenn du so weiterholt machst, dann werde ich dich von der Krippe schmeißen. Hast du gehört? Flips, Flips. Flips, Flips. Doch eines Tages fand ich am Strand eine alte Flasche und eine Feder. Ich schrieb meine Geschichte auf das letzte Stück Toilettenpapier auf und schmiss die Flasche, soweit ich konnte, ins Meer. Ich hoffe, dass eines Tages irgendjemand diese Flasche findet und meine Geschichte verfilmt und in die Öffentlichkeit bringt. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Untertitelung des ZDF, 2020